Heute zeigen wir euch wieder einen Dating-Tipp Keramikmalen in Basel Buchet haben wir das Erlebnis unter loveysuite.ch Dort gibt es solche Kurse in regelmässigen Abständen. Ihr werdet von Profis unterstützt, wie zum Beispiel von der Olivia. Zuerst geht es aber Händewaschen. Ihr könnt auswählen aus verschiedenen Keramikgeschirren in Weiss. Netti hat sich für eine Tasse und ich für einen Teller entschieden. Ihr werdet herzlich begrüsst mit einem Willkommensgäubchen. Es gibt aber auch Kaffee, verschiedene Getränke und selber gemachte Küche. Zur Inspiration hat es ganz viele Vorlagen und auch Mahltechniken für euer eigenes Keramikgeschirr. Für die verschiedenen Techniken gibt es auch immer ein passendes Utensil und eine riesige Auswahl aus Farben. Glauben wir, sobald ihr anfangen zu mahlen, werdet ihr richtig entspannt und sogar reich mit ADHS. Bin ihr richtig ruhig gewesen. Übrigens, die Farben, die ihr auswählt, sehen während dem Malen noch ganz anders und mattter aus. Und darum habt ihr zum Vergleich auch Blättchen, die schon fertig sind. Euer fertigen Produkte werden am Schluss glasiert und brennt und dann nachher wieder zu euch nach Hause geschickt, in vollem Glanz. Das ganze Erlebnis kostet 65 Fr. Ihr dürft 3 Stunden malen und habt am Schluss ein mega cooles Produkt zuhause. Bei Love is Sweet könnt ihr auch andere Kreativaktivitäten